Es ist die Denke, es ist die Einstellung. Bei uns hapert es an der Einstellung. Die wenigsten Leute haben wirklich noch Lust, irgendwas zu bewegen. Die Personalchefs oder Vorstände sagen, Frank, pass auf, das und das und das und das passt mir überhaupt nicht. Hau richtig dazwischen und scheiß sie mir alle zusammen. Ich werde wahnsinnig mit meinen Leuten. Wie ich es in den Wald reinrufe, kommt es zurück. Also wenn ich Liebling in den Wald reinschreie, kommt oder wenn ich Idiot reinschreie, kommt ich Liebling zurück. Ich gebe den Leuten so viel an die Hand, die werden danach lächzen, das zu bekommen.